Jodoo! Das Pack auf Tourtour, was ihr wollt! Diesdaseins reicht mit Pow! 2000 Svögg! Die Stimmung ist ausgedrückt! Wir sind das Pack und wir wollen gut! Jodoo! Okay, kommt doch mit auf die Tour! Wir sind jetzt hier in Seesen, das ist richtig gut und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Zeitrafen und dann sieht man, dass das Plakat wird. Ciao, Jodoo! Da muss er auch noch hin! Oh, die Affen kommen! Kommt herrei, kommt nach vorne! Willkommen bei der Kopfkirche! Es wird sauberhaft! Unsere Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Systemzerstörung! Musik Ach, da hängt auch ne Wolke! Jo! Jo! Dieses Lied, meine Damen und Herren, ist ausschließlich in Wolke gestimmt. Handelt ausschließlich von Kacke-Essen. Es heißt Pferdeapfel, verstehst du das? 1, 2, 3, 4! Pferdeapfel! Der kommt aus Desen, der heute Abend in diesem Raug ist. Ach, das ist ja interessant. Was haben wir denn noch hier? Ein Back? Ja! Oh, verstehe! Hallo, ich sing noch ein Lied! Kannst du mal aufpassen! Es interessiert mich doch nicht! Ich guck doch auch mal da hin! Ja! Bist du, ach so, zu dir für 15er R und haupt natürlich Spaß! Nein, aber nein! Wenn Pferde losgeht und sagt, er sei Klempner und Poole irgendwie den Knutner unterscheidet, dann ist das natürlich irgendwie wettnehmäßig, ja? Oder wenn sie sagt, hey, ich bin Kranbauer, aber er versteckt gar nicht, was eigentlich Kranbauer heißt, denn sie tröpfert Schwänze! Hahaha! Im Zuhörer Im Zuhörer Im Zuhörer Hast du Dittl oder was? Ne. Freund, sorry. Kommt ein Hodenträger zum Fahrradhändler. Ja, fahrst. Ja, logisch. Und dann? Sagt der Fahrradhändler, was hast du denn da? Sagt er, ist ein Hodenträger. Ja. Aber du hast doch da Eier in der Hand. Ach, du hast eine SD-Schwäche oder was? Wo musst du deine SD-Karte mal umtauschen. Ach, Hodenträger. Ganz geil, irgendwie. Dankeschön. Hey, wir sehen uns morgen. Ciao.